So, meine Freunde, moin zusammen. Ja, es ist mal wieder passiert, die nächste Firma Insolvent. Und eine, die kannte ich ehrlich gesagt vom Namen nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Viele von euch werden sie kennen, denke ich, denn ich habe zahlreiche Nachrichten per E-Mail, genauso wie auch per Instagram von euch bekommen. Folgt mir gerne drüben bei Insta. Bodeta Süßwaren GmbH ist das. Und dann sieht man nämlich hier leckerste Mentholbonbons. Und ihr wisst das, ich habe öfter einen rauen Hals, aber ist eigentlich mittlerweile schon Routine. Morgens früh kurzes Bonbon rein, dann ist mein Hals wieder in Ordnung. Das mache ich sehr häufig mit genau diesen Mentholbonbons. Ich habe nur noch nie darauf geachtet, wer die eigentlich offensichtlich herstellt. Ja, ganz toll. Jetzt könnte ich mir einen anderen Hersteller dafür suchen. Zuckerfreie Bonbons haben sie hier. Dann haben sie diese Dragees. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin ja ein absoluter Süßigkeitenfetischist. Das wisst ihr bestimmt. Nussdragee ist nicht so meins. Private Label, krass, da kann man sogar eigene Bonbons machen lassen. Alles drum und dran. Also wirklich ein Sortiment der Vielfalten hier. Wenn man sich das anguckt, diese Bonbons, die kenne ich aus meiner Kindheit. Sind die lecker? Ja, Leute, das sind alles Sachen, die werden wir in unseren Regalen im Supermarkt nicht mehr sehen. Denn MDR beispielsweise berichtet bereits vor ein paar Tagen darüber. Süßwarenhersteller, Bodetta aus Oschersleben, ist insolvent. Und das musst du dir reinziehen. Wenn man sich das nämlich hier auch anguckt, dieses Unternehmen wurde 1892 gegründet. 120 Mitarbeiter. Wisst ihr, da werde ich langsam echt sauer, wenn ich sowas hier mitbekomme, dass so eine tolle, traditionsreiche, uralte Firma jetzt hier auch über die Wupper geht, wie man es sagt. Denn das ist nicht notwendig. Wenn ich diese Bonbons sehe, Himbeerfrüchtebonbons heißen die, einfach zu lecker. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es unten rein. Es blutet mir das Herz, Leute. Ich finde es einfach nur noch grausam, was hier passiert. So kann es doch nicht weitergehen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, jetzt noch in den nächsten Monaten die nächste Pleite, die nächste Insolvent, wo ich darüber berichte. Und uns allen sind die Hände gebunden. Wir können hier nichts machen dagegen. Es ist doch nur unfassbar. Woran liegt es jetzt speziell bei denen hier als Grund für die Insolvenz? Nannte ein Sprecher von Bodetta die Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal, die zuletzt stark angestiegen seien. Demnach hat der Preis für Zucker sich verdoppelt. Der für Glucose ist um das Dreifache gestiegen. Verpackungsmaterialien seien ebenfalls teurer geworden. Hinzu kommen dem Sprecher zufolge die entstehenden oder steigenden Energiepreise sowie deutliche Anhebungen des Mindestlohns ab Oktober. Ach, eine Verschwörungstheorie. Der Mindestlohn wird dafür sorgen, dass wir im Pleite gehen. Nein, das ist alles Schwarz. Die haben nur falsch gewirtschaftet. Und das haben sie über 120 Jahre gekonnt. Und jetzt in den letzten halben Jahren haben sie es nicht mehr gekonnt. Das glaubt auch keiner. Schreibt auch einen Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.